Das ist Paul. Paul besitzt eine Immobilie und möchte diese verkaufen. Im Internet stößt er dabei auf Immoticket24 und da die Firma bereits über 900 Online-Bewertungen hat, wählt er sie für den Verkauf seiner Immobilie aus. Dabei kann er wählen, ob ein Immobilienmakler von Immoticket24 sein Haus verkaufen soll oder ob er es im Do-it-yourself-Modell von Immoticket24 verkaufen möchte. Beim klassischen Maklerverkauf übernimmt Immoticket24 sämtliche Aufgaben bis zur Unterzeichnung des Kaufvertrages beim Notar, sodass sich Paul um nichts mehr zu kümmern braucht. Vom Bilderservice mit professionellen Luftaufnahmen per Drohne, der Vermarktung in den gängigen Medien, Besichtigungen mit Interessenten und der Bonitätsprüfung geeigneter Kandidaten bis zur Vorbereitung des Kaufvertrages. Beim Do-it-yourself-Modell kann Paul seine Immobilie provisionsfrei selbst verkaufen und gleichzeitig die geballte Online-Vermarktungsmaschinerie von Immoticket24 nutzen. Dabei kümmert sich Paul selbst um die Vorbereitung sämtlicher Verkaufsunterlagen, führt die Besichtigungen durch, verhandelt mit Kaufinteressenten und regelt sämtliche Tätigkeiten bis zum Abschluss des Kaufvertrages selbst. Und da er für den Verkauf seiner Immobilie einen Energieausweis benötigt, kann Paul diesen ebenfalls bei Immoticket24 erstellen lassen. Hat Paul erstmal seine Immobilie verkauft, kann er auch gleich sein neues Traumhaus mit Immoticket24 planen. Denn das neueste Geschäftsfeld von Immoticket24 ist die Projektentwicklung. Dabei übernimmt Immoticket24 von der Planung des Hauses bis zur Fertigstellung den vollen Komplettservice eines Bauträgers. So dass Paul nur noch in sein neues Haus einzuziehen braucht. Und wen das alles noch nicht überzeugt, der sollte einmal die zahlreichen Online-Bewertungen über Immoticket24 lesen. Jetzt selbst überzeugen!